Der Bär ist doch schön hier. Ja. Halt! Sind Sie verrückt? Das ist ein Querkus pedunculata, deutsche Eiche. Ein wildes Schwein mit grimmen Stoß hieb seine beiden Hauer in eine Eiche stark und groß von tausendjähriger Dauer. In Feindschaft mit dem Baum es lebt, weil ihm zu hoch die Eichel schwebt. Und was mit dem hier? Ja, was? Nein! Den habe ich als kleiner Junge gepflanzt! Sie sollten sich langsam entscheiden, Herr Graf. Die Forderung von Herrn Trumpf ist sehr hoch. Dafür müssen noch so einige Bäume gefällt werden. Hm? Nein. Ja, gut. Nein! Aus! Herr Graf? Sägen Sie erst, wenn ich gegangen bin. Sägen Sie erst, wenn er gegangen ist! Und jetzt... Herr Graf! Herr Graf!